Mill PP. Dieser homozygote Fleckviehvererber kann in seinem Vererbungsprofil als Auraunder bezeichnet werden. Gute Milchleistung, guter Fleischwert und sehr gute Fitness. Im Fitnessbereich herausragend ist hier die Nutzungsdauer, die Fruchtbarkeit seiner Töchter und der sehr leichten Geburten. Im Extröhr verspricht er eine rahmige Kuh mit etwas schwächer Bemuskelung, einem guten Fundament und einem guten Euter, was ihn hier als reiner Bekornlosvererber auszeichnet.